Ein ganz, ganz kleines Selbstgespräch. Du, wie machst du das, dass du hier bist? Du, wie machst du das, dass Gedanken, dass du denkst? Du, wie machst du das, dass der Körper atmet? Du, wie machst du das, dass die Sonne scheint? Du, wie machst du das, dass du dich selbst wahrnimmst? Du, wie machst du das, dass da Wahrnehmung ist? Du, wie machst du das, dass du irgendetwas glaubst? Du, wie machst du das, dass Bewegung stattfindet? Du, wie machst du das, dass du was willst? Du, wie machst du das? Du, du, wie machst du das? Du, du. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es machen. Ich lass es einfach machen, ich lass die Sonne scheinen machen, ich lass mich denken machen, ich lass die Wahrnehmung da sein, ich lass alles passieren. Du, wie machst du das? Ich hab keine Ahnung, ich mach doch nichts, ich mach es, ich lass es machen. Du, wie machst du das eigentlich, dass die Sinne funktionieren, du, wie machst du es eigentlich, dass du was spürst, du, wie machst du es eigentlich, dass du was wahrnimmst, du, wie machst du es eigentlich, dass deine Stimme genau diese Stimme temperat, du, wie machst du es eigentlich, dass die Luft sich bewegt, du, wie machst du es eigentlich, dass das Herz schlägt, du, wie machst du es eigentlich, dass... Deine Empfindung von Raum und Zeit. Du, wie machst du es eigentlich, dass du einschläst und abwacht? Du, wie machst du es eigentlich, dass du dich als, äh, dass du da was erleben kannst? Du, wie machst du das eigentlich? Ich lass es machen. Und manchmal fühlt es sich an, als ob ich es mache. Aber eigentlich lass ich es ja machen. Echt? Ist das so? Ja, du musst nur warten, bis die Energie dich packt und dann die Dinge geschehen oder der Impuls kommt. Ich muss das machen und dann lässt du das alles machen. Aber du hast das Gefühl, du würdest es machen. Ist das so? Nein? Ja, nein? Auch wieder schön gehört.